Hallo, ich bin die Janett. Hallo, ich bin die Estra und wir begrüßen euch zum 30. Jugendfilmfestival. Wir werden hier immer mal wieder Leute interviewen, die Filme gemacht haben und eventuell sogar Preise gewinnen. Und ja, das Ganze kann man hier im Tinnititter in Nürnberg live erleben, die nächsten drei Tage. Wenn ihr wollt, schaut doch mal vorbei. Und aber falls ihr keine Zeit habt, dann könnt ihr uns auch gerne auf YouTube besuchen oder auf Facebook. Vielen Dank.